Moin Leute, was geht? Optik ist wieder weg hier vor euch am Start und ja, wir bauen heute einen Schneemann, den wir danach explodieren lassen. Computer sagt nein. Peter nicht. Ja und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis gleich. Oh, es ist kalt. Scheiße. Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Leute, Überlebenstipp in der Wildnis. Nimm die Handschuhe mit. A few moments later. Optik. Ja. Geben Sie uns einen Kommentar. Wie kalt ist es? Es ist scheiße kalt und ich glaube, es ist minus scheiße und ich glaube, es ist kalt. Und dieser kleine Ball hier wurde innerhalb von sechs Minuten, sechs Minuten, sechs Minuten sagt die Crew, in sechs Minuten hergestellt. Und ich bin jetzt schon außer Fuß. Okay. Okay. Ja, Leute. Es fängt an zu schneien. Oder Sonne. Es kommt vom Baum. Keine Ahnung. Ja, wir haben uns jetzt umentschieden. Wir bauen jetzt keinen Schneemann mehr, weil das ist mir zu viel Arbeit. Ich bin einfach ein pauler Hund und jeder, der mich kennt, sollte es auch wissen. Ja, wir werden jetzt einfach nur eine scheiß riesen Kugel machen, die keine Ahnung wie groß ist. Solange habe ich keinen Bock mehr. Und was ist dein Statement dazu, Lennox? Warte, er hat auch noch was zu erzählen. Und man sieht sie. Hm? Digga, was ist dein Statement? Okay, sehr tiefsinnig von dir. Ja, er hat die kreativen Eintäller, wie die Kugel bis jetzt aussieht. Es sind jetzt, keine Ahnung, ich glaube, sieben Minuten oder so vorbeigegangen. Und die Kugel ist einfach schon... Ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Sieht man das? Ich weiß nicht, ob meine Kamera so schlecht ist. Die Kugel ist auf jeden Fall schon ein Stück schwer. Und ja, jetzt ist meine Frau dran mitrollen. Bei mir tun die Hände weh. Und ja, also Leute, ein kleiner Zwischenstand. Jetzt so groß ist die Kugel und so groß ist mein Hund. Hm, Digga? Ja, Kugel? Was sagst du das? Ja, wir rollen jetzt noch ein bisschen fleißig weiter, bis wir keinen Bock mehr haben. Aber ich schwör's euch Leute, es dauert nicht mehr lange, weil dann haben wir wirklich keinen Bock mehr. So Leute, ich will fixen alle, meine Frau fixen alle, mein Hund fällt immer noch. Das Einzige, was ich jetzt noch versuche, ist diese Kugel hier. Kugel hier anzuheben. Und wir werden uns gleich sehen, ob sie... Ja! Versuch nochmal zwei. Scheiße, ist die schwer. Scheiße, ich krieg die nicht mal mehr angehoben. Alter Falzer! So. Sollen wir jetzt, wollen wir die mit dem Knie zerstören, oder? Stimmt. Versuchen wir den Kniesprung zu zerstören? Ja. Warte mal, Lennox. Ja, klar. Den krieg ich jetzt einfach angehoben. Oh, Scheiße. Irgendwie ist das traurig, dass die Kugel kaputt ist. Warte mal. Fakt. Die Kugel kaputt ist gut. Faktieren. so leute daheim angekommen ja wie soll ich sagen wir gucken jetzt noch ein bisschen serie werden was essen meine frau steht gerade in der küche und ich erzähle ich zeig euch noch den kommentar der kreis dankeschön auf jeden fall für deine netten worte wenn du auch hier stehen willst